Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner Orate im Zeitraum von 23. April bis 29. April 2018 Wunschpartner Orakel Ich gehe davon aus, ihr habt einen Wunschpartner oder Wunschpartnerin in euren Gedanken und in eurem Herzen. Und jetzt schauen wir an, wie reagiert er, wie denkt, wie fühlt er, was kommt. In dieser Seite befinden sich euren Karten, ich nenne das als Ich-Seite. Gegenüber liegt die Du-Seite und das entspricht euren Partner oder Wunschpartner. Ich beginne in der Mitte an Ich-Seite. Diese drei Karten in der Mitte beschreibt euren jetzigen momentanen Situation. Die erste Karte zeigt an, ihr seid offen für etwas Neues. Offen für einen Neuanfang, offen für eine Veränderung beruflich, offen für eine neue Beziehung. Ihr habt diese Offenheit, aber ihr sperrt den Weg. Warum? Weil ihr zweifelt und habt Angst. Und diese Zweifel und Angst macht euch unbeweglich. Ihr schaut diese Münzen an, was hier die Angst, diese Sperre symbolisiert. Ihr könnt jede Zeit etwas in Bewegung setzen. Die Fährt könnte bewegen, aber momentan bleibt alles stehen. Warum? Die Zweifel, Angst blockiert die Bewegung. Ihr bekommt aber zur Zeit ein Angebot. Es kann natürlich ein berufliches Angebot sein, wie ein Vorstellungsgespräch oder wenn hier um die Liebe geht, natürlich ein Treffen. Die Angebot ist da. Was ist die richtige Verhalten? Die richtige Verhalten ist, diese Chance nützen, nicht so viel nachdenken, was in Vergangenheit war und was in Zukunft kommt, sondern versucht ihr hier und jetzt bleiben und diese Momente genießen, den Tag genießen. Dann spürt ihr die Kraft und ihr verliert die Angst. Welche Situation befindet euren Wunschpartner oder Wunschpartnerin? Schauen wir die Du-Seite an und das zeigt diese drei Karten hier. Die erste Karte beschreibt, er braucht Sicherheit und Stabilität. Er schaut nach euch, aber er sagt nichts. Er nimmt es gar nicht wahr, dass dieser Mann eigentlich Aufmerksamkeit schenkt. Er macht das so von hinten um. Das heißt nicht, dass er falsch ist, nicht missverstanden, aber er macht sich nicht bemerkbar. Er möchte etwas noch in Harmonie bringen und was noch auffällt, die dritte Karte erwartet. Er ist offen für die Neuigkeiten, erwartet, dass ein Nachricht kommt. Er sperrt den Weg, er sperrt den Weg nicht. Er zeigt Offenheit, aber eine Wartehaltung oder Erwartungen. Jetzt gehen wir zurück an euren Seite, an die Ich-Seite, an euren Karten. Was kommt als nächstes? Worüber sollt ihr Gedanken machen? Was erwartet euch in der nächsten Zeit? Das zeigt hier diese drei Karten oben. Achtet auf euren Ausstrahlung. Entweder verschönert euch etwas, neue Frisur, neue Mode, abnehmen, manche vielleicht zunehmen, auf die Figur achten. Und auch diese Schönheit von innen, die Ausstrahlung, hat eine große Bedeutung, weil das ist die Anziehungskraft. Und natürlich, wenn ihr es euch so zeigt, das ist sehr erotisch, aber auch sehr mystisch, sehr geheimnisvoll. Also achtet auf diese inneren Schönheit, auf diese Ausstrahlung, natürlich auch Körperpflege, die auftreten. Seid ihr damit bewusst, was ihr damit bewirkt. Weil mit dieser Ausstrahlung seid ihr auch wahrgenommen. Und die zweite Karte zeigt schon die Ergebnisse an. Diese Herr oder auch andere Männer machen offen, also zeigen Offenheit. Dieser Mann zeigt herzlich willkommen. Ich bin offen, über Gefühle zu sprechen. Ich bin offen für diese Beziehung. Hier handelt es sich um Gefühle, weil hier erscheinen die Wasserelemente, die Kälchen, symbolisieren die Gefühle und kommt schon eine Zusammenkunft. Und das zeigt auch Stabilität an. Weil hier ist die Immobilie. Natürlich kann das ein Vertrag auch bedeuten, bezüglich Immobilie, wie Miete, Mietvertrag oder Kaufvertrag, selbstverständlich. Aber dieses Bild zeigt auch Struktur, Stabilität in die Partnerschaft. Worüber macht er Gedanken? Was ist bei ihm zu erwarten? Was ist sein nächster Schritt? Das zeigt diese drei Karten an. Er ist im Vertrauen. Er weiß, es ist eine Übergangsphase, aber er ist überzeugt davon. Er ist im richtigen Weg und das führt zum Erfolg. Diese Karte zeigt an, er sucht das Treffen, die Gespräche, aber auch die Berührung. Er möchte mit euch treffen. Und die dritte Karte hier, er trifft klare Entscheidungen. Momentan ist noch in Wartehaltung. Er weiß, er ist noch nicht im Ziel angekommen. Er ist noch in Übergangsphase, aber er hat ein gutes Gefühl dabei und er weiß ganz genau, diese Treffen kommt bald. Jetzt kommen die Karten in der unteren Reihe. Das ist etwas, was wir nicht sehen oder nicht sehen wollen. Oder was etwas später kommt. Es ist noch nicht sichtbar. Aber wir lüften diese Geheimnisse. Was kommt hier ins Licht? Bei den Damen, besonders bei den Damen gilt es, ihr sollt warten. Vertrauen des Fluss des Lebens. Bleibt ihr stehen. Seid ihr im Vertrauen, es kommt etwas in Bewegung. Es ist etwas unterwegs. Und im Hintergrund ist schon dieser Mann sichtbar. Er nähert sich zu euch. Bleibt ihr zurückhaltend. Sucht die Stille und die Zurückhaltung. Es ist schon etwas in Bewegung. Es sind noch Hindernisse da. Er kann noch nicht sofort da sein. Aber er ist schon unterwegs zu euch. Es ist zum Erwarten, dass ein Nachricht kommt, dass ein Telefonat oder ein Treffen kommt. Also bleibt still zurückhaltend. Astrologisch kann ich sagen, zur Zeit befindet sich Mars, und das ist die männliche Energie, der Mann, im Lilithfeld, im Lilithenergie. Und das löst bei den Männern Gefühlen etwas aus. Und das ist sehr intensiv. Das heißt, sie nehmen gerade ihren Gefühlen wahr. Sie haben große Sehnsüchte und träumen. Sie wünschen die liebe Partnerschaft, aber sie leigen momentan zu davonlaufen. Sie drücken sich davon. Oder sie bringen das nicht fertig, über Gefühle zum Sprechen. Aber die Sehnsucht ist da. Die Gefühle ist da. Dieser Wunsch ist da. Dann kommt die Saturn-Einfluss, löst auch etwas aus. Das heißt, sie haben auch die Lernaufgabe, über Gefühle zum Sprechen. Die Herz zum Öffnen. Es lohnt sich zum Warten, bis von den Männern etwas kommt. Weil die Gefühle sind sehr stark und die Sehnsüchte sind auch extrem stark. Und sie bringen das fertig, über ihren Schatten zu springen und über Gefühle offen reden. Und jetzt schauen wir an die Du-Seite. Was verdrängt er, wenn das um einen Wunschpartner handelt? Oder was ist etwas, was ihm unsichtbar ist? Also wir machen das sichtbar. Und da sind die drei Karten unten. Er hat einen Kampf. Also dieser Kampf kann bedeuten, dass er Herausforderungen hat. Entweder noch in der Beziehung hat er einen Kampf. Oder im Arbeitsplatz hat er einen Kampf. Oder kann dieser Kampf bedeuten, dass er innerlich diesen Kampf befindet. Er weiß nicht, soll ich, soll ich nicht, soll ich über Gefühle sprechen, ja oder nein. Also das kann eine inneren Herausforderung sein. Aber kann beides bedeuten, dass er in seinen Lebensumständen muss sich beweisen, sich durchsetzen. Und innerlich ist auch etwas gerissen. Und diese zweite Karte kann auch in dieser Richtung andeuten. Diese schwarz oder weiß, ja oder nein. Soll ich offen sein für diese Beziehung oder soll ich komplett zumachen. Also das ist dieser inneren Dialog. Wohin führt das? Die Gefühle sind stark, sehr stark. Das habe ich beschrieben. Astrologisch Mars ist im Lilithfeld. Also sie spüren sehr stark dieses Gefühl und auch die Bedürfnis nach einer festen Beziehung. Und das führt natürlich zu Harmonie. Wenn sie hier siegen und das Aussprechen, diese Offenheit, wenn sie diese klare Entscheidung getroffen haben und ihren inneren Schweinehund überwunden haben, dann kommt das zu einem Treffen und zu einer Beziehung. Und jetzt schauen wir an, was für Botschaft bekommen wir noch dazu. Und das zeigt diese Karte an. Das ist Tanzen, Selbstdarstellung und Bewegung. Nimmt es spielerisch, kann natürlich Tanz auch eine Bedeutung haben, diese leichte Bewegung. Viele haben dieses Hobby, aber auch das Leben oder die kommenden Tage wie ein Tanz begrüßen, das uns nicht bedrückt, das wir befreien uns von Ängsten. Und diese elegante Bewegung begrüßen wir diese Woche. Und das war mein Wunschpartner Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.